In der zweiten Halbzeit der Bundesliga der Frauen hat der BSV uns VK beim Auswärtsspiel des Jahres beim letzten Auswärtsspiel des Jahres gegen Kirchhoff mit 31 zu 29 gewonnen. Das war die Fotogradio nach sich und genießen wir in der Diskussion. Wir haben eine Freienfahrt mit mir zum Dichter Autos heute. Wir wünschen einen guten Freund und Geschäftspartner, ein besinnliches Weihnachtsfest und ein letztes Neues Fahrt, Ihr Autos heute. Ja, und 6 Uhr, 4 Minuten, wir schauen bitte die Straßen und der Runterverkehr momentan, Sie haben eine Freiefahrt, wenn Sie aber noch nicht so und nur schauen, bitte umsonst. Wir schauen uns jetzt an, jetzt auf unsere neuen und kostenlos, auf hier ist man bleiben, das ist 830 30 113, unser Verhältnis geschehen kann es Ihnen. Vielen Dank für das Mail und Ihnen noch eine gute Fahrt. RUNC Elektronik präsentiert, 50 Zoll LED TV mit 102 Zentimeter Windschirm, wir wollen alle von HD und Grund- und Herz-Technologien für sensationellen 333 Euro.